Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Eltern und Lehrkräfte, 47 Gymnasien nehmen ab dem kommenden Schuljahr an dem zweijährigen Pilotversuch zur Mittelstufe Plus teil. Dafür meinen herzlichen Dank an alle Schulen, die sich hier besonders engagieren. Die Mittelstufe Plus bietet den Schülerinnen und Schülern an den ausgewählten Gymnasien, die besonderen pädagogischen Lernbedarf haben, ein Jahr zusätzlicher Lernzeit. Und sie bekommen eine zusätzliche Förderung, vor allem in den Kernfächern. Schüler, die dies nutzen wollen, haben für den Lernstoff mehr Zeit zur Verfügung. Die Kernfächer wie Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen stehen hier besonders im Fokus. Sie werden in der Mittelstufe Plus durchgehend in allen vier Jahren unterrichtet. In der Regel erhalten die Schüler dabei ein Angebot mit jeweils drei zusätzlichen Wochenstunden. Auf diese Weise wird der Stoff von drei auf vier Jahren gedehnt. In diesen vier Jahren durchlaufen die Schüler in der Mittelstufe Plus die Jahrgangsstufen 8 bis 10 in einem eigenen Klassenverband. Dabei haben sie weniger Fächer pro Schuljahr. Einzelne Fächer werden aus den Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 in die Jahrgangsstufe 9 Plus verlegt. In der Mittelstufe Plus haben die Schüler auch weniger Stunden. In der Regel nur 30 und erst in der Jahrgangsstufe 10 dann 32 Stunden pro Woche. Damit können wir die Schülerinnen und Schüler deutlich und zusätzlich entlasten. Die Schulen können auch zwei Förderstunden je Jahrgangsstufe anbieten. Mit der Mittelstufe Plus und dem damit verbundenen zusätzlichen Lernjahr bietet Bayern den Schülern des Gymnasiums eine zusätzliche nachhaltige pädagogische Förderung. Wir ermöglichen so mehr Zeit, mehr Flexibilität und mehr Förderung. Die Gymnasien erhalten dafür zusätzliche Lehrerwochenstunden für die konzeptionelle Arbeit. Außerdem behalten die Schulen alle Lehrerstunden, die aufgrund der geringeren Wochenstundenzahlen pro Schuljahre in der Mittelstufe Plus frei werden. Wir werden die Pilotschulen begleiten und die Erfahrungen auswerten. Nach der Pilotphase wird es eine positive Bilanz vorausgesetzt, wenn der Landtag so beschließt, jedem Gymnasium freigestellt sein, die Mittelstufe Plus anzubieten.